Hey! Ach trinkst du heute kein Bier? Wie die Kinder sind im Pool. Das ist doch nichts. Oh shit, oh shit. Gitter, nein, 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 nein. Aber kein Problem für den Vater, Alter. Kinder, ich schmeiß euch die Couch rein. Ich hab Angst! Okay, vorsichtig absetzen. Halt euch fest! Komm her! Ja! Ja! Alter, wie so ein Kinder-Lolly. Ich kann die nicht abmachen. Ich kann die echt nicht abmachen. Du noch und du noch? Und du noch? Hä? Ich hab doch alle. Ja, und jetzt? Ich hab doch alle draußen. Komm, geht mal da hoch. So. Pja, ich würd sagen, wir haben gewonnen. Komm, du kannst ja echt kochen. Kinder! Willkommen in der Babler-Score-Studie. Die sehen hier die Zubereitung eines Babybratens. 346 Minuten später. Hm. Viel Spaß da drin, Alter. Willkommen in der Babybäckerei. Je la sombre. Das ist eine Platte. Kind geht auf die Platte. Ich muss die Kinder verstecken, bevor die Frau heinkommt. Hartzett. Bleib deshalb drin. Oh. Tada! Ja, brav. Und zu. Komm mal mit, komm mal mit. Geh mal da hoch. Oh, das sind Batterien. Nom, 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 nom. Ich werd so ein toller Vater. Na, wie schmecken sie, hm? Guck mal da. Da passt noch eins rein. Nom, 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 nom. Jetzt machen wir dich erstmal sauber. Ja, 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 ja. Los geht's. Achtung, da ist Feuer drin, Kind. Pass ein bisschen auf, bitte, danke. Nein! Hey! Sag mal. Du sollst auf der Pappe hören, haben wir doch gesagt. Haben wir doch mit der Mutter vereinbart. Ja. Alter! Nee, du willst da jetzt nicht raus. Du willst... Zack. Here we go. Alter, Spider-Kind, Spider-Kind. Sahnen aufräumen. Ah ja, locker, guck mal, guck mal. Mach ich dir komplett easy peasy. Bällchen, komm mal da raus. Ach, shit. So, fertig. Clean the pool, hab ich da eben gemacht. Nö. Pick up the poop. Boah! Alter, wir hatten das ja hingeschissen, unser Kind. Warte mal, warte mal, warte mal an. Komm mal, warte mal an. Machen wir mal, äh, eine Minute. Los. So, frisch gebackene Kacke. Oh Gott, wo ist die ganze Kacke? Versteckt oder was jetzt hier? Oh, auf dem Stuhl. Nee. Ich hab, äh, keine Ahnung, wo noch was sein sollte. Hilfe. Hm. Der letzte Stinky ist gefunden. Also, die war ja Luli mäßig. Put the dishes away, wash the car, break all the glass. Na Allah. Na Allah? Bingo. Bango bongo. Wow. So. Halt. Yeah. Welches Glas soll ich zerstören? Kann man die Fenster nicht kaputt machen? Bisschen, ne? Ja, na, also. Was ist denn das? Äh. Alter, wie geil. Hammer. Die coolen benutzen sowas hier. Oh, der ist leer. Shit. Ja. Strange rubber object. Hm, was ist das? Hm. Ah, warte mal. Ich weiß, wo ich ihn räumen muss. So. Da ist er also gut aufgehoben. Ohhh. Wie soll ich jetzt damit fahren? Alter, was ist das? Das ist ein Elektroschocker. Aber wie sieht der Online-Modus aus? Ich bin der Vater. Und ich muss mein Kind irgendwie retten. Ist bei dir alles gut? Ich schau mal kurz. Ah ja. Hallo. Na, alles klar? Guck mal, ich spiele mit dem Block hier. Ich lasse dich mal alleine, gell? Viel Spaß damit. So, okay. Okay, was macht denn das Kind im Moment? Er spielt, wie schön. Kann ich sagen, ich nehme? Nee, kann ich nicht. Okay, ich mache wieder zu. Warte, ich spiele noch ein Schlaflied vor. Äh, warte. Kind! Oh, fuck. Alter, wo gehst du hin? Ich gehe mal hier in die Küche. Ich mache lieber zu, bevor ihr stirbt. Oder warte. Oh! Baby gegen Baby. Äh, ähm, Waffen oder so? Oh, shit. Shit. Schau raus. Tschüss, Babylein. Ich bin in der Falle gedappt. Fuck! Hä, ha, ha, er auch? Alter, was hat er da? Was ist denn das? Scheiße, der kommt. Der kommt! Öh, äh, äh. Irgendwie sprüht er hier. Nein. Was war das? Ich stelle dich gar nicht ein. Häää. Da ist es. Jetzt habe ich mir das Poison, alter Poison Grenade. Bitteschön. Ich, ich kann die. Ich habe sie gelegt, ich habe sie gelegt. Äh. Äh. Ich sterbe auch. Ich sterbe auch. Nein. Du zuerst. Da pisst dich. Scheiße. Ey, der kommt mit dem Armer. Okay, warte. Na, bleib hängen, du Pisser. Der wird mich nicht finden. Guck, ich gehe hier durch. Surprise, motherfucker! Er ist da drin! Scheiße! Ey, ist die Batterien. Sehr gut, sehr gut. Viel Spaß beim Sterben, du Dödel. Was ist denn Ray Steady? Hallo? Faso? Machst du irgendwas? Vielleicht rennt er erst los, wenn ich ein Stück gelaufen bin. Oder nur, wenn ich nicht hingucke oder so? Häh. Häh. Der springt jetzt gleich los, oder? 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 Bis zum nächsten Mal.